Und ging hin ein Weg, fiel nieder auf sein Angesicht und bietete und sprach, Mein Schaden ist möglich, so wie dieser Mensch von mir, doch nicht wie ich will, sagen wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater näher, dadurch erhebt er mich und alle von Unverfalle, genau zu Gottes Gnade wieder, er ist bereit, den Kech des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich trinken, weil es dem Leben Gott gefällt. Musik 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 Musik